so jetzt muss ich nur mal zählen aber ich kann lust 86 19 12 13 28 45 67 38 195 5 4 5 und dann ab dann morgen viele guten abend hallo wie geht sie stets 68 75 dann kommen drei dazu dann kommen vier wiederum machen wir noch mal sieben daran ich hau dich mach doch wenn du wieder gesund bist gar kein thema komm her habe ich geplant wie gesagt ja kannst du gerne machen mies habe ich verbaut mein karma denne was sieht voll süß aus hab ich noch nicht mal ich kann nicht catchen weil ich im wasser bin hallo ich wäre magst du pennen gehen kannst du pennen gehen ich flicke immer rüber ja kiva ich habe mich gerade gefragt warum ich das hey nicht höre ja weil ich den stream stumm habe ich höre es aber auch nicht aus ich könnte nicht mal sagen ob es das gibt hallo was der pc meiner mutter oder das spiel das hat den geist aufgegeben was ich glaube wenn der mopsis pc den geist auf gibt dann ist jetzt nicht nur poli laufen dann wird dann was das muss schon mal sein ist jetzt ist jetzt stream noch an gut mal gucken dass ich noch an mitten im spiel war abrupt aus also heute folgendes gespielt aber das habe ich wirklich nicht gehört okay dann macht das bitte noch ein mal irgendwas anders antritt zum spiel jetzt haben sie so vor dass ich glaube das geht vielleicht weiter machen wir mal einen anderen sound ja jeder wird gar nicht erst getriggert gerade hatte bereits kurz was ist auch absicht das pokémon nicht mehr sichtbar ist im stream hast du keine kein timer oder sowieso ich bin so doof bin ja so doof leute kein wunder dass ich heute schlechte performance habe was hast du offen falschen pc ist wie immer falschen pc kein wunder dass so viele sounds nicht funktionieren das war eigentlich nur ein witz mit falschen pc aber off ich stream über den gaming pc heute alles bruder herz ihr müsst gleich mal bitte f5 drücken ich starte stream noch mal neu da kann ich was warum 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 ich bin doch schon aufleiten und ich habe mich schon nicht so pokémon wird angesagt aber er hat keine pokémon drin das erklärt natürlich einiges das erklärt natürlich so einiges dass sowas passiert ja jacoa wo kommt dieser timer her er läuft schon die ganze zeit aber ich meine das problem warum die warum die sounds nicht kommen das ist immer nicht gelöst das muss ich mir trotzdem mal gucken aber du machst mich echt fertig manchmal das ist aber das ding ist halt die man schickt den sound raus aber ähm kommt nicht an dann kann das sogar sein dass du den fehler schon länger hast weil ich hatte letzter schon mal einen sound reingeschickt und da hatte ich mich noch so gewonnen habe ich den überhört ja es könnte gut sein guck mal kurz nach warte mal ach man 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 einmal mit Profis wie man arbeiten das war jetzt natürlich eine typ pfanne heute ich habe jetzt ja ob das jetzt wirklich geht weiß ich nicht müssen wir gucken wenn es nicht geht dann ist es halt heute nochmal broken und dann müssen wir nächstes mal wieder gucken ja dann kannst du noch irgendwie haust du noch irgendeinen sound rein weil ich sehe halt leider nicht mal dass er sich irgendwie dass ein pegel sich bewegt ja nach 10 minuten cooldown nehmen wir den achst du mir auch also den müsstet ihr gehört haben mein hatch bin doch gerade ich kann nicht mehr lauter drehen oder leiser drehen oder sonstiges also bei Twitch ja da hat sich sogar ein pegel ausgeschlagen bist du noch online ja das auf jeden fall ja ich wollte auch gar nicht wirklich offline gehen also da fällt mir auf ich kann auch keine clips machen stimmt da war es bei dir nicht das Ding ist halt dass ich die sound selber nicht testen kann da ich äh kein zweite count online hab der das checken könnte soll ich sonst den testen ja kannst du gerne machen also wir hatten output kommt das ding ist halt äh ich höre es dann doppelt okay welchen sauen kann ich denn oder nee ich habe auch nichts beim pegel ist da jetzt kann ich auch wieder klips machen warum noch ein ich hoffe es ist nicht zu laut aber mega laut also ich habe ja das war eben gerade weil ich den stream ein bisschen lauter gemacht hatte das overlay nicht funktioniert hatte aber wir sollten wieder gehen ich höre es uns zwar selber nicht aber hauptsächlich oder doch nein ich hab ja bei mir oh yes ich so mal eben nach milch und dann greife ich die an kannste frage ob die schildkröten die milch geben da ist eine kuh nennt man dann krotos milch schenken wir einen schimmel dann reite ich davon nach bonn wenn du wenn du bockst kannst du mir gleich mal deine koordinaten geben kieber kann ich mal gucken wo du da so rumgammelst glaube ich sterb gleich ok 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 sagen wir doch macht doch nicht so viel schaden voluntary exile aua hättet ihr vielleicht ein paar totems mitbringen sollen ja aber das waren 4 die 3 4 nimmst halt noch genauer tja ok dann dann ah hab ich getrunken gut jetzt hab ich auch nen banner schön sehr gut schon wieder nacht ja aber ich schlaf hab ich jetzt den ganzen tag gebraucht um die twitch scheiße zu regeln ja gott raus am abababa ja aber das ist mir halt wirklich noch nie passiert seitdem ich das dual system hab dass ich auf den falschen rechner start drücke fuck vor allem dass du es ne ganze zeit lang nicht bemerkst erzähl ich gleich was zu warte äh welche liebe stimme wir haben immer jasmin und kiba ähm deswegen war ich guck halt die ganze zeit auf dieses streaming äh der button heißt normalerweise start streaming und eben war es ja dann äh stream ending oder so oder end streaming erstens mal dass es auf englisch ist statt auf deutsch äh irgendwie ist ach keine ahnung warum einer auf englisch einer auf deutsch ist bei dem button aha so dann kommt dann kommt dazu noch die farbe von dem button ist ne ganz andere weil ich auf meinem gaming rechner alles auf blau mit blauen knöpfen hab mhm auf dem anderen ist alles dann so grau vielleicht hast du auf deinem gaming rechner obs oder co äh noch auf englisch eingestellt ja ne ne alles auf deutsch also das ist ja das komische aber egal auf jeden fall hätte mir allein schon vom farblichen auffallen müssen und dass ich halt zwei als also dass ich halt äh den obersten und den dritten knopf beide auf jetzt auf rot hab statt einen auf grün blau und dann rot wenn die auffallen müssen das war dumm von mir keine ahnung ich hab so viele dinge die dagegen sprechen also die ganz junge stimme ist jasmin ja hallo ich klinge alt oder was ja du such ja ich bin alt ja ja noch an nein ach die männliche das ist kiba hallo unser killer baby unser kiba sinner ich habe eier bei mir stehen jetzt sehr gut er war kein ziel im chat gesehen äh ja stimmt hab ich ich weiß gar nicht hab ich ziel klatschen karl josef Jeremy und ich bin waffen 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 auch nicht abwerbung hier ist hinklatsch äh warum also rein theoretisch könnte ich mir davon viel kröten eier abholen aber ich bock habe jetzt nochmal vier 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 fünfhundert blöcke nicht fünften viertel plöcke zu fliegen Nur für Schildkröten? Ah ja, das weiß ich noch nicht so genau. Ich kann dir drei Diamantex zu bieten. Ja, ne, ist klar, Jasmin. Ich kann einen Banner bieten. Ich kann eine fast komplette Lederrüstung bieten. Was kann ich noch bieten? Ich kann ein Swaggis Goldschwert anbieten mit Sweeping Edge. Ich kann, ähm, Papier kann ich anbieten. Ich kann ein Obsidian anbieten. Ich kann vier Stacks Karotten anbieten. Also es ist alles dir überlassen. Du bietest mir noch so viel falsches Kram an, ne? Ja. Ich hab doch gesagt, was ich haben will. Ach ja, Netherite willst du doch. Das versitz ich nicht. Ja, dann machst du einen Fehler. Ich hab noch nicht mal Diamanten, also lass mich. So, äh, jetzt mach ich mal schnell, dass die Silk-Clutch-Spitzhacke fertig ist. Dann komm ich gleich mal rüber. Alles gleich hin. Hm, komm, 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 komm. Tools. Eine Spitzhacke mit Effizienz 2. Josef. Nein, falscher. Äh. Hey. 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 Ich brauche noch vier Bücher. 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 Ich brauche noch mehr Bücher. Bücher. Ich brauche noch mehr Büchers. Boah, aber Kiva, ich wollte richtig fleißig. Frechheit. Ah. Ich hab heute den letzten Minecraft-Stream und den letzten Foto-Stream fertig gemacht. Das geht so nicht, das ist zu produktiv. Das können wir so nicht weitermachen. Ich hab jetzt, äh, Forrest bis zum fünften April. Und Minecraft bis zum ersten April für jeden Tag ein in ein Video. Und du musstest mal reinziehen, dass ich Forrest ein Stunden oder mehr Videos hab. Wir spielen einfach irgendwie immer zu lange, kann das sein? Äh. Äh, irgendwie schon. Ne, außer mir streamt keiner von denen. Das ist aber schon echt nice, also ganz ehrlich. Ich hab momentan echt gelügend. Jetzt brauche ich Levels. Was? Ich denk mal so eine halbe Stunde, jetzt bin ich bei dir. Ja, in einer halben Stunde bin ich aber weg. Nein, du wartest noch ein bisschen, bis ich da bin. Äh, okay. Jetzt haben wir auch das Einzige, auf ich warte. Ja. Das wird sich lohnen für dich, glaub mir. Äh, was wird sich denn lohnen? Mein Ankommen. Ich sehe, was ich noch haben dabei. Was du willst, ich haben jetzt. Warum brauchst du dich nicht gewöhnen? Achso. Wenn du alles geschenkt kriegen würdest. Ich will auch nicht alles geschenkt, lol. Warum sollte ich sowas machen? Ist doch nicht lol. 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 Äh, lol. Oh. Die war. Nein. Was? Nicht Kappa. Vieles. Aber nicht das. Das ist eine Red Flag. Ja. Was? Überwechst du mit den Polen in mir. Und ich rede nicht vom Polizisten. Ne, dafür fehlt auch Masaki. Wer er ist, dann würde ich der Bulle. Bei dem Akzent. Oh ja. Bei dem Akzent. Oh ja. Oh ja. Und ich blöde. Oh ja. Okay. Ich bin sofort, oder? Das war's für heute. 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 Hier? Wolkenhalde ne? Ja. Ich hab Wolken aus ich mag keine Wolken. Ich muss die Freiheit um Grenzenlos sein… Ich pack auch gar nicht rum, irgendwie. Nein. Warte mal, ich muss gleich landen. Oh, ich muss mehr in die Richtung. Da ist es doch. Ich mache extra eine Landebahn irgendwann für dich. Du musst schon hier runterkommen. Wollt landen. Fluglandebahn. Sie beschützt, ja, ja. Ist das normal? Pass damit. Woll doch rein. Und weiter? Nimm dir, was du haben willst. Danke, dass du mir das nochmal sagst. Ich hätte gern, äh, eine Angel. Du kannst auch einfach alles rausnehmen, ne? Nö. Die Spitzhacke gehört sowieso an dir. Spitzhacke? Wieso mir? Du wolltest sie doch. Ja, ich hatte von zwei gemacht extra. Ach so. Deswegen hab ich dengeger raus. Ja, danke schön. Ich bin zufrieden. Kannst du mir davon machen? Äh, drei Eier. Okay, dann bauen wir bitte zwei für mich ab. Alles gleich hin. Mit der Spitzhacke? Mit der Spitzhacke noch. Eins. Zwei. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Eier machen soll, aber ja. Wir würden das nicht haben, wenn wir das auch noch machen. Ja, gerne. Ich weiß nicht. Ich hab das nur wegen dir gemacht. Der ist auch nur hier auf den Strand. Dadurch kann ich mir der Zürich machen, ich nur brauche jemanden. Freut mich. Bringt mir zwar nichts, aber ich kann sie machen. Alles klar. Und du wirst sicher keine Sachen mehr hier raus haben. Kein Schild oder so. Schild kann ich mir selber machen. Extra alles raus. Ich hab, ich hab, ich bin, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, weißt du? Manchmal, also, ähm. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin zufrieden. Okay, war deine Koordinaten? Ja. Dann bin ich raus für heute. Alle klächeln, schlafen sie gut. Jo, sie auch. Tschödelö. 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 Mal gucken, was der Kiva macht. Ja, ich bin grad hier am Rumpaddeln. Hast du denn die Koordinaten von deinem zu Hause? Kann ich dir gleich geben. Nice. Ich weiß, ich bin jetzt nicht sehr jung an. Siebze, ne? Ist auch noch recht jung. Ja. Ist auch noch echt jung. Natürlich nicht mehr gefunden. Ah, paddle ich kurz zurück. Ihr hattet noch ihr ganzes Leben. Vorsicht, du. Meins ist bald vorbei. Ich werde bald 30. Oh Gott. Kann ich schon mal einen Grabstein bestellen? Also in einem Jahr und... ...20 Tagen. Ich glaube schon, ich habe ein wenig als ein Monat Geburtstag, oder? Geil. Grausam. Bin ich eigentlich bei dir zu laut? Ich höre das gerade gar nicht. Nö. Also du bist halt laut aus dem Spiel. Das ist auf jeden Fall. Aber nicht so, noch nicht mal so laut wie ich. Na, weil ich hatte eben gerade noch mal... ...vor ich reingegangen bin, hatte ich noch mal ein bisschen... ...mein Mikrofon versucht einzustellen. In der Lautheit. Ja, alles gut. Alles tutti. Alles tutti della Foti. Yep. Na, passt ja gut, dass ich gerade nach Ausruf paddel. Wo es jetzt gerade Nacht wird. Ja. Hallo Delfin. Oh scheiße, voll die falsche Richtung. Oh. Du bist in sechs Monaten... ...64 Jahre alt. Boah, das ist schon mal ein dreifaches Leben, was hinter dir, oder? Bei mir dauert das noch acht Monate. Äh, nee, acht... ...nicht acht Monate, sechs Monate. Nee, bin ich jetzt gerade doof? Ich bin mit dem Discord über so auf ein Befehl, da kannst du dann dein Geburtstag umeintragen. Ich bin mit dem Discord über so auf ein Befehl, da kannst du dann dein Geburtstag umeintragen. Dann sagt der Bot uns bei deinem Geburtstag Bescheid. Yippie. Ja. 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 Das ist echt so eine Einschaltungsfrage, ne? Ja. Und morgen mal eine Minute dafür nehmen. Ne, mein Bereich ist jetzt gerade bei minus 750. Äh, na. Warte, 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 warte. Da schreibe ich kurz rein. Na gut. Ja, ich bin mit 700. Ja, 700 passe eher. Welche Höhe? Oh, 62. Ja. Ja. Dann... Aue! Aber steht noch nichts außer ner Farm. Ne. schnell fahren wenn wir jetzt mal gucken wo du bist oh gott auf dem fahr hab ich jetzt keine lust weg so weit weg von mir bist du auch nicht nö ich muss hier nur den fluss runter und einmal rüber und dann bin ich vor dir wir sind einfach nur 8 Blöcke von mir entfernt in die zeitkoordinator das könnte abhandle ich jetzt mal in die andere richtung wie er schon flüchtet wenn ich nicht da bin ne ich suche nach irgendwie einem strand oder sowas wo ich etwas sand holen kann ohne dass es groß kaputt macht kann dir ne wüste geben hier hast ne wüste oh da ist ne wüste bei hat er da geh ich mal bei mir ein bisschen einfacher wegen dem fliegen und so aber möglich ist es wenn du halt viel abbauen möchtest da fliegt ein karl vorbei was wo bist du ich bin hier unten bei diesem kleinen sandhügel da hier gibt es doch voll viel sand hier ist doch ja ich kann mich nicht jünger fühlen denn ich habe schon sieben enkelkinder 23 20 20 15 und 3 sind fünf jahre jung ruf ruf als enkelkinder schon so alt die kinder schon dieses was soll ich krass aber ist doch an sich nicht schlecht ich meine seine kinder wie viel kinder hast du hier 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 achta wie gesagt da unten ist noch nicht er wollte nicht ist noch nicht viel außer er wollte mich umbringen immer warum nicht hast du ja du bist ja echt nicht weit weg das kann man ja sogar noch overworld mäßig miteinander verbinden ja später kann man ja so eine eisbahn rüber bauen ja einfach ein zuck oder sowas einfach auch ein zuck oder sowas boah wenns schneller geht kann man sie auch schneller machen dann kann man auch durch den näht das machen das ist wieder unnötig aufwendig ab 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 Untertitelung. BR 2018